Zu Gast bei den Ice Creatures in einer weit entfernten, eisigen Höhle. Wann sind wir endlich da? Bald! Wir sollten gleich da sein. Wo wollten wir nochmal hin? Wollen wir diese um, die Superwaffe zu erobern? Ach jo, das hatte ich ganz vergessen, weil wir schon so lange unterwegs sind. Wie lange sind wir eigentlich schon unterwegs? Weiß ich nicht. Vielleicht acht Tage? Nein, das sind bestimmt schon ein Monat. Das glaube ich auch. Und wir haben bisher noch nichts gefunden. Wollen wir nicht lieber wieder nach Hause gehen? Wir machen jetzt noch fünf Höhlen und wenn wir da keinen finden, dann werden wir unverrichtete Dinge nach Hause gehen. Okay, das machen wir. Was ist das? Was hast du gesehen? Wo, wie, wo, wie, wo? Da ist eine Kreatur. Ich trau' meinen Augen nicht. Da ist eine Kreatur im Eis eingeschlossen. Wo denn? Ich sehe sie nicht. Da! Siehst du dich? Oh ja, du hast recht. Jippie! Wir haben sie gewonnen! Jippie! Jippie! Juhu! Okay, die ist ja ziemlich groß. Wie, 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 wie kriegen wir sie jetzt hier raus? Ich habe eine Idee. Wir müssen sie auftauchen. Hm, gute Idee. Doch dafür müssen wir in die Lava-Welt, denn das ist gefährlich, wenn sie uns entdecken. Ich kenne einen Geheimweg. Wir brauchen ja nicht komplett in die Lava-Welt, sondern nur am Rand, wo es warm ist. Okay, der Plan ist gut. Dann helft mir, ihn hier rauszubekommen. Puh, war das anstrengend. Jetzt haben wir ihn in die Lava-Welt gebracht, am Rande der Eiswelt und der Lava-Welt. Jetzt müsste er langsam schmelzen. Ja, da müssen wir nur noch warten. Das war eine sehr gute Idee, ne? Ja, finde ich auch. Wie lange dauert das denn? Während wir warten, was meint ihr, ist da für eine Kreatur drin? Ist es ein Krokodil? Nein, das glaube ich nicht. Er hat ja Flügel, oder? Hm, dann ist es ein fliegendes Einhorn. Ho, 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 ho. Das glaube ich nicht. Nee, nee, nee. Hm, wenn es Flügel hat und kein Einhorn ist, dann ist es vielleicht auch ein Greif. Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, das ist ein Drache. Oh, je, gute Idee. Das glaube ich auch. Er bewegt sich schon. Er bewegt sich schon. Gleich platzt er raus aus der Schale, aus der Eisschale. Heiß, 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 heiß. Ey, pass auf, pass auf, ich stehe hier. Meine Flügel sind noch ein bisschen eingerostet. Ich muss mal ein bisschen üben. Ha, das tut gut. Wo bin ich? Du bist in Eldrador, in der Eiswelt. Wie bist du denn eingefroren? Vor langer, langer Zeit hatte die Steinwelt die Superwaffe und hat uns Eiskreaturen besiegt und hat uns alle eingesperrt in ein Eisgefängnis. Vielen Dank, dass ihr mich befreit habt. Wie habt ihr mich denn eigentlich gefunden? Ähm, ja, wir haben ganz viele Höhlen erkundet. Oh, und ich hab dich gefunden. Ja, Blizzardbeer, du hast ihn gefunden. Ja, ich hab ihn gefunden, ich hab ihn gefunden. Wie heißt du denn? Ich bin der Eisdrache. Deinen Namen kenn ich ja jetzt schon. Wer bist du denn? Ich bin das Frostmonster. Ich bin der Eisgigant. Ich bin der Eisgreif. Nett euch kennenzulernen. Jetzt möchte ich gerne in die Eisfestung. Okay, wir bringen dich dorthin. Fortsetzung folgt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, damit ihr weitere tolle Videos von uns nicht verpasst. Wenn ihr Freunde habt, die auch Spaß an diesem Video haben könnten, dann teilt es gerne mit ihnen oder schaut es euch gemeinsam an. Ansonsten fragt gerne eure Eltern, ob ihr noch ein Video von uns anschauen dürft. Bis dahin, schöne Grüße und vergesst nicht, spielen macht Spaß.